Die Sucht einer perfekten Kurve bestimmt eigentlich mein ganzes Leben. Die perfekte Kurve ist für mich, die ich mit optimalem Speed, mit der optimalen Hangneigung, Aufkampfwinkel alles fahren kann. Wenn ich durchgehend das Gefühl habe, habe ich alles unter Kontrolle und ich spüre immer so diesen Drang nach vorne, den Zug nach vorne. Und das Spiel mit den Flickreffen, damit dies nicht aufhört. Vom Ansatz der Kurve bis zum Ende, einfach wie wenn du eins bist mit dem Schnee, mit dem Eis, Ski, Schuh, bis ganz nach oben, das stimmt alles. Das ist dann das geilste Gefühl. Normalerweise fahre ich immer voll gerade. Aber mit dem Ski, den ganzen Körper, wenn ich eine perfekte Kurve mache, eine richtige Adrenalin. Ich habe wirklich Spaß zum Kurve haben. Also die Ausgangslage war eigentlich die, dass die FIS-Regeln nicht mehr richtig Spaß machen. Wir haben angefangen 2014 mit den ersten Tests. Wir haben viele Ski probiert. Die Technologie für den Kurve, die findest du normal nur im Rennsport. Carbon, Titan, also unglaubliche Verwindungssteifigkeit. Also ich bin ein Perfektionist und daher muss auch alles zusammenpassen. Und so ist der Prozess laufend gegangen mit Skitesten, wiederentwickeln, abstimmen und wiedertesten. Und dann wirklich bis zum Schluss das optimale Gerät herzurichten. Der Kurve hebt das Niveau eines guten oder sehr guten Skifahrers auf ein neues Label. Und die Fische, jetzt hat wirklich eine richtige Ski, eine neue richtige Ski gebaut. Natürlich für Ex-Ski-Rennläufer, aber auch für sehr ambitionierte Hobby-Ski-Rennfahrer. Die von der Rennsporttechnologie profitieren wollen. Mit dem Kurve bekommt man Rennsporttechnologie für die Piste. nor mituranisingen야지 выдach pleinem, Nein. Und wenn du das array tanken soll ? agnastunden ist ein Kaler.